So, für die nächste Übung mit leeren Klorollen, die wir gleich mal als Challenge verpacken, ist so. Hier habt ihr die Pistole, ein Mittelfinger dazu und die stülpen wir jetzt die Klorollen zur rechten Hand. Wir werden einen Handwechsel machen und zwar mit geschlossenen Augen. Das schult die Motorik und die Sensorik und ach egal und macht riesen Spaß. Also, mit geschlossenen Augen auf die Plätze, fertig, los! Okay, jetzt machen wir links hin, Revanche, wieder auf den Mittelfinger, Augen zu, auf die Plätze, fertig, los! Fertig! Fertig! Das sieht keiner, das sieht. Genau, du hast noch deine dritte Rolle, die müsstest du kurz nehmen mit dem Fuß, bitte. Also, ich sehe keine. Also, nee, aber jetzt mal ohne Mist, das ist wirklich schwer. Probieren wir nochmal, wir machen das mal mit offenen Augen. Dadurch, dass du von unten hingreifst, ist das echt verrucht. Und dadurch, dass du die Augen schließt, musst du überhaupt mal ein Gefühl kriegen, in welcher Hand ist was. Und dadurch, dass die Winger so leicht sind, katapultiert man sie so schnell weg. Und das ist jetzt mal, Spaß vor Seite, echt eine gute Übung. Komm, wir machen nochmal. Ich liebe einfach dieses Gefühl zu siegen, weißt du? Du tust mir gut, Daniele. Also gut. Ich tue mir leid. Auf die Plätze, fertig, los! Fertig! Da war's, ich war's. Also ihr Lieben, macht es, weil es macht echt Spaß und ist auch gut, eben für ganz viele Sachen und für die Stimmung.